Im litwischen Dialekt von Jüdisch hat man geredende Liede, wie auch in Teilen von Lettland, zu von Peuling, Weißrussland und Ukraine. Weil die litwische Stadt von Wilna ist gemein der Zentren für die jüdische Akademie erfahren, Roben, hat man benutzt das litwische Jüdisch wie Smach für Klausprachjüdisch, das dann andere Räuschred von Jüdisch, was man benutzt bei der Jivu und der Dialekt, was ihr redet jetzt. So oft Menschen, die reden Jüdisch wie eine zweite Sprache, reden mit einer Räuschred, die es bei ecken Litwisch noch ohne Prokennzeichen von dem litwischen Dialekt. Lemoschel, auf Litwisch reden wir neuestem Vokal oi wie e, aus Beigüberwärter wie a zoi und grös zu a zee und gräs. Litwisch haben euch gelufen durch sabbestige Lossen, weil litwische Jüdinnen haben oft durch Räuschgerät im ois schien wie a zin. Die standarde Räuschredungen schabes und loschen seien geworden sabbes und loschen, eine Sache litwischer und sovielmesser europäischer Dialekten. Litwisch wird heintgerät bei älteren Rädels und bei Enthusiasten von litwischen Obstamen, wie euch bei Gereden in Jerusalem, wo stammen auch von Besproches, was haben emigriert von der Liede in den frühen 19. Jahrhundert. Litwische Werte nutzt man euch bei niedrigsiedischen, frommen und geredischen Jäden in der englischsprachigen Welt. Gebe guck auf ein jüdisch-englischem Lexikon, gedei zu lernen wegen solcher Werte wie Lening und Old Domes. Efter kommen sie zum Nutzen bei kommendige Werte der Woche.